Hallo Leute und herzlich willkommen zu Minecraft Walhalla. Ich bin hier schon fleißig am abbauen. Ich weiß eigentlich nicht warum, aber naja. Wir haben in der letzten Folge wieder viel Action erlebt. Schau bei Red vorbei, wir haben Schaltplatten gefunden und einen Spawner. Was machen wir heute? Heute können wir reiten, also Schwein reiten. So, wir haben gesagt heute, ich würde mal das Reden übernehmen, weil du bist schon ein bisschen lost heute. Ich bin absolut müde. Wir haben den Erfolg, wenn Schweine fliegen. Fliege auf einem Schwein eine Klippe hinunter. Wir haben einen Schleimblock, das heißt, das Schwein würde es auch überleben. Und die Frage ist, was das Klippe definiert ist, also wahrscheinlich, wo man Schaden bekommen würde. Deswegen machen wir das mit einem Testschwein und nicht mit Manu oder Neil. Oder Simon oder... Und wir haben ein Namensschild bekommen, das heißt, ich gehe jetzt hier zum Amboss mit meinen 16 Levels. Wobei, wir gucken erstmal nach, ob wir... Das Zuckerrohr ist gewachsen. Oh, finally. Vielleicht können wir heute sogar zwei auf dem Boden machen. Alle sind gewachsen, alle sind gewachsen. Oh, wichtig. Das heißt, wir können sogar... Ich habe jetzt schon allen das abgebaut, baue keins an und mache daraus jetzt ein Buch. Ja, das ist wichtig. Wichtig und richtig, Mike. Genau. Wir brauchen Leder. Ah, da haben wir sogar welches, das ist gut. So, so, so. Wir haben doch noch Obsidian, oder? Ich habe doch da übel viel geholt gehabt damals. Wir müssen unten auch noch das Rätsel lösen mit dem Obsidian, ja? Das machen wir auch noch, die Folge wird richtig krass, ja? Oh ja. Kannst du mir... Nee, kannst du mir nicht. Die krasse Folge. Mach ich selber. Nein. Was? So, Mikey, bleib mal da, bevor du jetzt wieder wegrenst. Ich bin weg. Wir machen jetzt als erstes mal... Tatatata. Das heißt, wir müssen gleich wieder unten ausleuchten gehen. Wir haben einen Zaubertisch und den stelle ich jetzt erstmal auch mit auf den Crafting-Table drauf. Warte, willst du den nicht? Nee, nee, komm, pack den da unten hin. Dann können wir da unten mehrere Bücher dann hinpacken. Unten neben die Hölle, meinst du? Ja, ja. Eher den dort in die Ecke gepackt. Aber du weißt ja, dass du noch drumherum Bücherregale bauen musst. Also, sagen wir es so, baust du gerade Platz für den, oder? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich brauche ich einfach sonst irgendwas. Keine Ahnung. Ich würde sagen, dann machen wir den hier hinten in so eine Ecke. Ja, stimmt. So, wir bauen hier einfach so ein bisschen Dinge. Oh, Leute, hier ist ja Eisen, das habe ich gar nicht gesehen. Ey, ich bin so übermüdet. Ich checke immer nicht mehr. Deswegen machen wir dann noch was anderes, wo du Zitronensaft trinken darfst. Dann bist du nicht mehr müde. Dann kann ich nicht schlafen, Junge. Ich muss morgen wieder neun Stunden arbeiten. Dann kannst du schlafen. Und danach haben wir noch so einen Firmenanlass. Hilfe. Willst du mich verarbeiten? Willst du mich verarbeiten? Scheiße. Ich dachte, du hast es nicht gehört. Du bist auch zu müde. Ich wollte sagen, willst du mich verarschen und nicht verarbeiten. Du hast mich mit deinem Arbeitsklaver so richtig abgekackt. Ich dachte, willst du mich verarbeiten, Junge. Wir sind auch so übermüdet, ey. Ich bin seit 5 Uhr morgens wach und der will mit mir noch aufnehmen. Ja, Leute, ihr müsst verstehen. Wir müssten heute aufnehmen. Wir mussten heute aufnehmen, weil wir uns nicht sicher waren, ob wir es an einem anderen Tag schaffen, uns nochmal zusammenzusetzen, damit die Folge mal halt er kommt. Ich schwitze wie Sau in meinem Zimmer. Es ist unnormal warm, ey. Ja, wir hatten heute auch 22 Grad hier in Dresden. Es ist wild. Es war wirklich wild heute. Und vor allem bei uns steht so, also was bei uns das Wetter angeht, bei uns steht so drin, dass nächste Woche einfach noch wärmer wird, da werden sommerliche Temperaturen. Ich habe keine Lust. Oh mein Gott, Alter. Ich kann es nur schmelzen hier. Ich bin tot. Oh mein Gott, bin ich erschrocken, Alter. Hilfe. Oh Gott, ich bin auch fast tot. Ja, der macht gut Damage, ne? Ah! Schlag ihn nicht hinter mich! Boah, Junge, ich habe halbes Herz. Ich habe dich gerettet. Ich habe, ich habe einen Grasbrook bekommen. Ich habe eine Enderperle bekommen. Der Grasbrook, den hast du dir in der Hand, deswegen hast du den bekommen. Und ich habe sogar noch eine Enderperle bekommen, Junge. Optimale Ausbeute. Ja, wirklich. Wir haben den Enderman abgezockt. Ich habe mehrmals die Hühner wieder. Oh ja, unsere Hühner. Die Ehrenmänner. Und ich würde sagen, jetzt machen wir das, was ich vor uns machen wollte. Namensschild. Name eingeben. Die Frage ist, wen benennen wir jetzt als erstes? Wir benennen als erstes Manu. Wobei, Manu kam danach, ne? Ja, zuerst kamen die. Always... Also, ganz zuerst hier, genau, kamen die. Crafter. Habe ich das richtig geschrieben? Guck mal, guck mal, ich bleibe auf das gut nach. Always... Crafter. Nach Simon dran. So, ein Level. Und du bist jetzt ab sofort Always Crafter. Jetzt können wir zumindest ein Schwein unterscheiden. Wart mal, du musst es aufnehmen, ja? Ja, ich nehme auch, ja. Okay, ja. Oh Gott, ich dachte gerade, ich hätte aufnehmen müssen und habe nicht aufgenommen. Die Mädchen. Das wäre so was so gewesen, das würde jetzt so reingehen. So was von nach Hause gegangen, Alter. Ach so. Wo bist du gerade? Bei deiner Freundin? Ah, die hast ja keine Freundin. Aua. Ach so, nee, ne? Nee. Der war Asus, ja. So. Ja, ja. Aber ich hoffe, ja. Nee, ich sage nichts dazu, ansonsten machst du das extra. Du hast schon nichts. Nichts, ne? Du hast mein Interesse geweckt. Merke ich. Ist aber gar nicht so schlau, dass ich das gemacht habe. So. Ähm, ich würde das erst. Erst gehe ich lieber runter, mal mit der Diapicke. Mit Mikey zusammen. Oder. Wir gehen jetzt runter mit der Diapicke und gucken mal nach, was das Geheimnis auf sich hat. Das Geheimnis. Hier sind ein Haufen Skelette. Hier Screper! Oh Gott. Der hat aber so. Junge. Der hat aber dieses Becken aufgesprengt. Jetzt schwimmt hier alles und wird wasser voll. Jetzt habe ich ein einziges Kohle. Aua. Was schlägt dich? Aua. Perfekt. Unsere Diapicke liegt jetzt wieder da unten. Diesmal haben wir nicht mehr. Und meine 16 Levels sind mal wieder flöten gegangen, weil da plötzlich ein Babyzomi umgegangen kam. Ah, hier. Always cry. Alter, wieso? Babyzomi, lauf mich! Aua, wir sind sie über als Skelette. Hilfe! Lebst du noch? Nein. Ja, okay. Der kam einfach oben drüber. Das reicht dann auch. Du sind. Und sein Ohn-Hilfs-Fall. Wir haben ja einen Erfolg gemacht. Wir haben ja mit jedem am... Jetzt hat er mein Schwert! Und meine Spitzsacke, der passt. Und mein Schild hat er auch noch. Was hast du eigentlich nicht von mir? Ja. Ich habe die Diapicke, wenigstens das. Ja, gut. Jetzt auch das Wichtigste. Sonst können wir wieder von vorne anfangen. Mal wieder. Ich nehme das Goldschwert jetzt mit. Jetzt Shepherds, aber ganz gewaltig. Wieso sind jetzt hier noch mehr Skelette? Oh, nee. Wieso steht da ein Creeper? Wieso ist hier alles voll mit Monster? Ich habe mein Zeug wieder. Ich bin eingebaut. Ich bin safe. Mikey, das ist alles voll mit Monster. Wieso hast du mir das nicht eher gesagt? Wusste ich eh gar nicht. Achso. Was ein Zufall. In unserer Höhle Monster? Ja, hier unten. Auf der Bedrockhöhe. Nee, das denke ich nicht. Nee, dann komm mal runter. Und überzeug dich vom Gegenteil. Aua. Das macht nicht so viel Dürfen. Wieso hitten die mich durch die Wand? Der hat mich durch die Wand geschlagen. Hört der Hex an? Wieso bist du immer noch hier oben, Junge? Ich sage, ich brauche dich unten. Das macht ihr hier oben weiter, Junge. Was ist mit dir falsch? Ich muss hier das erst mal begraben. Jetzt kommt schon wieder ein Enderman nach oben gesteppt, Alter. Aber hier ist mein Zeug eingegraben hinten in der Ecke. Oh, aber eine Spitzhacke und ein Schwert. Oh, das ist wirklich ein Enderman. Ja. Hätte ich nicht gedacht. So, ich brauche das. Wir haben hier einen Sattel. Ich habe Hunger. Jetzt komm mit. Wo bin ich jetzt? Wo bist du? Wieso konnte das Skelett jetzt auch durch die Wand? Jetzt kommt hier eine Hexe. Warum nicht? Hallo. Oh Gott. Oh Gott. Aua. 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 Wie viel tankt sie? Sie geht nicht tot. Alter. Nein. Oh ne, die kommt, die Spinne zu mir hier. Aua. Geh weg. Geh mal den Loot zurück. Scheiße. Aua. 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 Ich habe ein anderes Herz. Hä? Wo du von einem Witch bist du? Digga, Witch, Mann. Die hat er einfach dran in die Fresse geworfen. Ja. Tat weh. Jetzt habe ich sterben im Gesicht. Oh Gott, ich höre schon wieder, wie die... Die hat sich selber abgedingselt. Gedingselt? Ja. Ich mache jetzt erst mal Licht, ja. Oh Gott, ich habe ein Problem. Ich helfe dir gleich. Digga, es sind auch ganz weirde Sounds zum Teil. So richtig... Ich kann ein Schwert geben, mein King. Ja, ich brauche kein Schwert. Ich brauche Fackeln, damit ich hier auflechten kann. Ach, du behinderte Hexe, Alter. Verreckt doch einfach. Du hast keine Beaufgabung. Mein Schwert ist aber kaputt gegangen. Ah, zum Glück habe ich noch drei weitere. Oh, die braucht mir noch einen Gdreck-Schagens-Trank in die Fresse zu werfen, damit ich weg vom Fenster. Die wirft schon wieder irgendwas. Da kam ein Schwächetrank. Ich habe ein Schwächetrank, Interessant. Hilfe. Und auch noch Vergiftung. Schlag sie, mein King. Sie ist fast tot. Ich schlag sie. Digga, hä? Wie viel steckt die ein? Die bringt uns gleich beide einfach um. Ich spame halt auch einfach. Die geht nicht tot. Die säuft halt ohne Ende, aber ich bin eingebaut. So, für... Ich habe Langsamkeit nicht Schwäche. Ja, hä? Ich ertränke die jetzt einfach. Oh, nee, die kann schwimmen, Scheiße. Hm. Genius Idee. Guck mal. Jetzt war ich oben im Block. Wichtig. Dachte, da kommt was. Aber ich glaube, die wird dann irgendwann. Ja. Oh, nein. Red, ich habe ein Problem. Schlag sie hier nicht ein. Ich habe nur noch ein Herz. Hier wird es noch ein Skelett. Oh Gott, hier sind zwei Skeletten. Wo haben wir sie eingegraben? Hier drüben? Oh Gott, die leben noch. Hast du sie jetzt aufgelassen? Also frei gemacht? Ja, ich habe gedacht... Ich habe... Du weißt, sie hat die ganze Zeit so irgendwelche Sounds von sich gegeben, da war still. Und da dachte ich so, okay, jetzt ist sie tot. Grab auf. Wer sitzt da drin? Ganz gemütlich. Ganz gemütlich. Im Badewasser. Ich mache erst mal Licht überall. Hier sind ja die Dias jetzt frei, Junge. Das war so, Chris kann mit den Creepern. Ja, vielleicht auch einfach einen Wasseratmungstrank, ne? Nee, die wirft nur mit Schwäche, Langsamkeit und Direktschaden. Vielleicht ist sie halt so okay. Wo sind die? Sie ist hier unten drin. Ja, hier unten drin. Hast du ein Schwert oder so? Rot. Die hatte mein Schild vor allem, ne? Was? Nee, die hatte dein Schild. Nee, ich wollte gerade sagen. Ich habe ja eins. Ich habe sowieso hier das auch, glaube ich, noch von den Gänner. Und Fuggles? Hast du da auch noch? Die habe ich gar nicht mehr. Die habe ich alle platziert. Wo ist der Obsidian? Jetzt müssen wir den Obsidian hier unten finden. Guck mal, hier auf dem Boden nachher war irgendwo hier. Ich habe gefunden. Funde. Mal gucken, was da drunter ist, mein King. Was denkst du? Guck mal einfach. Versuch, du so mit C nochmal so extra drücken mit Optifine, ja? Und F1. Kommt gleich der Krieger von hinten und wir sterben einfach. Noch ein Obsidian. Das ist etwas ganz Spezielles, Leute. Wenn es zwei Obsidians sind. Bestimm eine Kiste oder so. Enten sagt nichts. Doch. Aber wir können sie nicht öffnen. Da ist ein Bedrock drüber. Aber wir können sie abbauen. Stimmt. Geh hier nicht rein, ansonsten muss ich dich umbringen. Oha. Jetzt haben wir den schönes bekommen. Ich habe eine Lohnroute bekommen. Fünf Eisenbarren. Und 16 Goldklumpen. Das ist eine absolute Enttäuschung. Aber wirklich. Gut. Was war das Ziel für diese Folge? Keine Ahnung. Aber ich weiß, dass in dem Raum mit dem Spawner sind auf jeden Fall auch wieder Monster. Ja, aber dort haben sie auch irgendwie fünf Fackeln platziert. Okay. Lassen wir das Gold in den Ofen hier und das Eisen auch in den Ofen hier. Ja, ich komme auch kurz hoch, weil meine Spielzeug ist gleich auch wieder mal bald. Wir wollten auf Schweine fliegen machen hier. Ja, scheiß auf das. Wir brauchen... Ja, für das brauchen wir jetzt mal eine Klippe. Ja, die können wir ja easy bauen. Soll ich die bauen? Ich weiß nicht. Mach das in deiner Folge. Okay. Ich komme kurz hoch, dann können wir die Abmode machen. Das können wir machen. So, einmal kurz durch die Hühner rennen hier. 14 Eier. Ich höre wieder. Ich bin komplett gespampt, wird. So, Paula, ist die noch nicht schlecht? Ja, Paula hat noch nicht gereiert. Noch nicht. Noch. Junge, wir haben jetzt aber Goldrüstung oder so, ne? Aber da ist gar keine Rüstung, ja? Ich habe sogar noch eine Goldhose für dich. Und eine Goldchessblade ist auch noch da. Da. Viking. Einfach gerade auf Kage gegangen. Hallo? Die Leute? Hilfe? Oh Gott. Die Stimme. Wieder der König. Stimmt, kam bei ihm jemand rein. Der hat es angezogen. Hä? Ich höre dich gerade nicht, ja? Kannst du es auch notfalls in den Minicraft-Chat schreiben. Hier ist ja noch coole Trainier gewesen. Hä? Fragezeichen. Hast du vielleicht dein Mikrofon ausgemacht? Ach so, ne. Das ist so ein bisschen ausgesteckt gewesen. Dachte schon, hey, wieso? Ich habe mich doch nicht gemutet. Aber nein. Ja, man weiß es nicht. Leute, das ist für diese Folge. Ich habe jetzt auch krasse Rüstung. Krasse Eisrettung. Ne, das ist für diese Folge. Oh, stimmt. Das heißt, mit dieser Folge Minecraft Prison, ich wollte schon wieder mal Hala sagen. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Dann würde ich sagen, schaut bei REST vorbei und bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüssi. Ciao.